Eine verschreckte Anrainerin alarmierte Samstagfrüh die Polizei in Wien-Leoboldstadt, weil sich der Mann im Stiegenhaus ungewöhnlich verhalten hatte. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät. Als die Einsatzkräfte gegen 7.30 Uhr in dem Mehrparteienhaus ankamen, mussten sie eine tiefe Stichverletzung im Unterkörper feststellen. Trotz schneller Erste-Hilfe-Maßnahmen kam für das Opfer jede Hilfe zu spät. Der Mann erlag noch im Stiegenhaus seinen Verletzungen. Die Situation deutete auf Fremdverschulden hin, sagte Polizeisprecher Markus Dietrich. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die genauen Umstände, die zum Tod des 43-Jährigen führten, werden nun ermittelt. Die Waffe, mit dem die Verletzung herbeigeführt worden sein könnte, wurde bislang nicht aufgefunden.